In Nordrhein-Westfalen, liebe Freundinnen und Freunde, ist das Risiko, Opfer von Einbrechern zu werden, fünfmal so hoch wie im Freistaat Bayern. Liebe Freundinnen und Freunde, ich meine, das haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen nicht verdient. Auch in Nordrhein-Westfalen wäre mehr Sicherheit möglich, wenn man das richtig anstellen würde. Und was hat Martin Schulz dazu zu sagen? Martin Schulz sagt, die Sicherheitsprobleme seien die Ergebnisse neoliberaler Politik in den letzten Jahren. Meine Damen und Herren, ja, das Ergebnis von sieben Jahren, ich weiß nicht, neoliberaler Politik von Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen ist, dass das Sicherheitsrisiko fünfmal höher ist als in Bayern. Ich glaube, Martin Schulz sollte sich mal in seiner eigenen nordrhein-westfälischen Heimat um die eigentlichen Ursachen von Kriminalität kümmern. Wir wissen jedenfalls, wir brauchen keinen Bundesinnenminister der SPD. Wir wollen vielmehr ganz Deutschland helfen, auf bayerisches Sicherheitsniveau zu kommen. Das ist unsere Zielsetzung für diese Bundestagswahl. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020